hallo da draußen willkommen zu einer neuen folge sky pvp und es ist wieder zeit für mich das ist jetzt mein comeback ich beschließe es mitarbeiter der youtube hallo oder auch der mc sucht die lp und ja gehen wir direkt mal auf die map schlucken direkt die zwei tränke wir uns gleich noch feuer resi und bei mir habe ich gerade ein bisschen gerade lex gehabt ja dürfte gleich wieder weg sein und wir brauchen auf jeden fall mal wieder ein paar coins ich habe nicht mehr so viele gold blöcke ja ich muss auf jeden fall gleich mal voten ihr müsst bestimmt michael kennen also schätze mal der großteil meiner abonnenten wird michael auf jeden fall kennen von tryhard oder so von irgendwen leider ist nicht so viele user gerade hier am server und ich jetzt auch wieder anfangen kauf mit demnächst wahrscheinlich wieder premium und ja auf jeden fall dank für den stuff am dörner youtube ja kein ding kein ding für den king ne wir holen uns mal feuer resi hing ein bisschen scheiße aber ich glaube sollten kriegen aber hier verbrennen aber sonst jetzt vier herzen ich habe einen teil bekommen von senders 4 3 aber die brust leider nicht die ggzysta ab behalten dörner youtube dk dein ernst wenn ich mehr stuff habe aber jetzt nicht bin noch nicht so nicht mehr so der microsoft michael spieler muss ich erst wieder mich gewöhnen die map und alles da ich eher so auf reincensee skycalypse und nerox spiele aber wenigstens gibt sie auch mycliff ehrenwürdige gegner die auch wirklich gut sind nix gegen nerox oder so aber sky calypso finde ich leute nicht so gut sind dings auf red mc sind auch kranke spieler da bin ich auch ehrlich aber ja aber nicht so als die meisten weil da hat immer schon oder so verbreitet halt ist hier 30 kriegst du da sehr schnell und können wir mal paulo bobs und ich wusste ich mich sehr schön hab seit einer woche ein booster ich hab's dem supporter gesagt aber die haben es noch nicht gefext wird mir schon passiert war und wie es ja auch jeder war noch ankommen wenn ich verkacken aber hatte der hype wie ein guter komisch wird dann kannst du ja vielleicht nehmen ja hatte der tatsächlich hast du den zappen an dem tag ja habe ich aber er hat noch wegschwert diese wieder der nice mc da ja cool dass ich fast einfach sterbe ich muss mal kurz schwert wechseln 101 look gut ähm ja 101 xx plug ah das ist halt scheiße hier ne wenn hier so viele sind kurzer lag sorry ich bin nicht eingespielt wirklich aber ich habe den ganze bett was gezockt auf den neruts beziehungsweise mario party auch noch davor beim stream und er hat low ground den nutzt er natürlich aus muss man hier ja auch kaufen möchte eine geben ja kostet 100 koin ja ist egal auf die meine hat noch egal ich habe keine bock jetzt gerade ok auch schon gekommen gegeben auf jeden fall cooler gegner auch nicht zu schlecht für mich also wer zu stellen ist das ist dann schon der wunder in den nice mc spielt auch auf mad gamble echt ich bin nicht mal auf mad gamble hast du noch drauf gespielt hatte vor wo ich die 100 koin bekommen habe da anzufangen wurde aber an dem tag genau für sieben tage gebannt weil ich einen raum in einem chest home von einem hatte der mensch sagt man ist egal darfst du auch fixen fanden oder bitte darfst du auch für andere fixen oder ja das darf man aber hab mir auch extra noch mal gefragt letztens boah der ist nicht schlecht alter ich treffe ihn aber gerade auch selber nicht das ist das texture pack von mr crock tv das ist das fade pack also finde ich richtig nice wer da sind auch so kleine spiel gerade übrigens mit dem plat pack leute und ich habe keine lust hier einfach hier zu kämpfen wo alle sind wirklich bin ich ganz ehrlich das fack mich ein bisschen ab kann gern hier kämpfen oder so oder woanders aber nicht da hinten in der mitte also leute ich kündig es an das ist jetzt mein michael comeback ich hoffe es kommen jetzt auf das video videos auf michael und das combo schwert wenigstens noch nicht auf michael muss ich hier wieder einfinden stopp kommst du mal kurz so feuer resi da die nether insel ja ich kämpfe grad ich komme gleich zum fixen wer auf jeden fall gut man kann nicht draußen kann nur am sport fixen ach so dann komme ich jetzt muss man spawnen jo gut gut ähm ich bin auch am sport wo bist du oh das ist nicht gut ähm ich dacke schon das ist richtig nicemc wurde runtergeboxt naja gg auf jeden fall dankeschön für das fixen und gg an diesen nicemc was macht die seile quickster will der ganze zeit fastbridgen oder was ist ja komplett lala ja keine ahnung sieht wohl so aus ja kannst du fast widchen ne nicht so gut dann schau mal jetzt noch mal da bis hin wohl äh ich kann fast widchen deswegen spiel ich bereits verlaufen aber ich bringe es zurzeit nie auf dem kanal aber ich spiel auch selten wenn du es mittlerweile möchtest abfuck die ganzen fastridgen und alles also team leute mach ich das halt noch nicht ich will erst mal noch coins sammeln ich hab 258 wenn ich gleich vote habe ich immer vote coins die sammle ich dann luke ich mach nichts ok dann lass ich dich wenn du du oder kam schon mal hinten ob da bei dings welche sind weil das ist eigentlich immer welche aber jetzt ich will mal jetzt sind ja wenig online naja das ist komisch obwohl wir halb sieben haben ok ich weiß nicht kenn ich den weg nicht ich trau mich nicht jetzt speed zu holen hol dir mal wär nett ich bin noch nicht der beste leute im speed holen also den weg den kenne ich nicht ja wow er läuft einfach da runter geh weg geh weg du musst einfach ich gebe dir also das beste was du einfach machen kannst ist ähm du gehst hier ja also hier kommt ja eine druckplatte hier hinten ist so ein loch der namen ist einfach nur geradeaus runterlaufen wo hier ich hab angst oh ich hatte ich bin ja ich ich meinst nur nur gegen äh de monty gut gut ähm ja gut dann danke für diesen speed trick da so und dann testen wir den demnächst wahrscheinlich nochmal alleine ich weiß nicht wie lange die folge schon ist aber ich würde sagen schauen wir nochmal in der mitte vorbei wir kämpfen auch hier gegen de monty und dann war es das auch schon mit der folge danke für dich mal jetzt wirst du zuschauen könnt gerne ein like da lassen schaut auf jeden fall beim döner youtube vorbei ja auf jeden fall auch beim look abchecken high pvp hd wow oh lol mycliff lag kannst du laggisch naja kann sein dass der mycliff echt laggt aaah muss noch hier was ich nicht brauche auf jeden fall dann geh ich noch kurz ja ja pssst oh und er überlebt noch der kleine wichser naja naja gut dann würde ich sagen das war es mit der folge sky pvp auf mycliff lass gerne daumen nach oben da jede monty auf jeden fall das war es jetzt auch mit der folge auf jeden fall beim look vorbeischauen und ja tschau bis zum nächsten mal tschau